Ich möchte jetzt den nächsten Solisten vorstellen. Er ist am längsten beim Seemannschor. Er ist der Mann der ersten Stunde. Und Klaus Büttner-Rieberg, ein echter Matrose. Haben wir ja nicht mehr so viele Rechte. Und er singt jetzt rum aus Jamaika und erzählt euch, wie das dazu gekommen ist, dass die Seemänner eben dieses getränkt. Und er singt jetzt rum. Von dem dieses Unglück geschah, da hatten wir Rumpelern direkt aus Jamaika. Und er singt jetzt rum. 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 Rumpelern, 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 Rumpelern. Am liebsten rum, Rumpelern, Rum als Jamaika. Und was ich noch sagen wollte, den Rädern, die Kapitän Die Tage schimpft es heute, man langsam hat sowas gewöhnt Und die Menschen, die Räuner, die Feine aus Badaga, die sind nicht ein Sto-Prozentig, wie Rommas ja war ein Tag Es ringen die Matrosen von allen Spirituosen, am liebsten Romm, 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 Romm Am liebsten Romm, 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 Romm Ahoi! Applaus